Servus, Daya. Lange nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, du machst Spiel-Shooting, was die Jungs so drauf haben, wer Talent hat. Ich bin raus, weil ich bin eh zu gut dafür. Ich habe zwei Jungs von mir, die haben das Ganze probiert. Guck dir das bitte mal an. Super Typpe. Den anderen kennst du vielleicht auch. Und ich hoffe, die Preise gehen dann an die richtige Stelle. Und bei Gelegenheit, denk dran, wir haben immer noch ein Spiel im Teefeld offen und ein Flaschbrot fallen. Bis dann, mach's gut, Alter. Stark. Ah, scheiße. Ah, Mann. Sorry. Vielen Dank.